Jetzt hören wir zuerst mal die gute Malte greifen. Als die Orte 1820 fertig wurde, da gab es ja noch kein Elektromotor. Da standen sogenannte Kaltanten auf Drähträten und Pankare, Drähträten und so die Luft in den Pfeifen. Jetzt habe ich einfach ein Schleudergebläser angemacht im Raum. Der Motor ist gefüllt in großen Magazin mit Luft. Der ist jetzt auf einem Meter hoch gefahren und jetzt zieht man ein Register. Dann haben wir diese bunten Pfeifen aus Kleidem sind gekostet und dann der lateral Pfeifen. Jetzt im Unterschied dazu eine Trompepe. In der Zungenpfeife kommt diese Pfeifen zustande. Ich kann es nicht genau sagen, aber wenn Sie mal durch die Glasscheiben nach oben schauen, dann sehen Sie wahrscheinlich durch die Glasscheiben die Pfeifen mit den Trompeten-ähnlichen Schallbechern. Das sind die Kompeten, die sollten darin entstehen. Man sieht auch, wenn man durch die Glasscheiben nach oben schaut, manche Pfeifen sind nur lackierte Holzlatten. Die klingen gar nicht, die machen nur eine schöne Symmetrie. Im Vordergrund der Orte ist das also ein schöner Schein. Das sind die Schallbechern und die Schallbechern dahinter stehen. Die Quanten sind nicht gut, ein bisschen unordentlich. In verschiedenen Registern. Das will man ja nicht sehen. Das hat man mit der Vordergrund der Orte. Wenn Sie eben nicht mehr schauen. Können wir jetzt mal die tiefsten Zweifel der Orte. Können wir anfassen hinter der Orte. Können wir anfassen? Das ist hier. Ich weiß nicht, wie es gibt, wenn Sie die Vorbetriebeaziinchen haben. Das heißt, die Ängste problemet. Und wir werden jetzt mal die kleinen Ängste problemet. Die ist davon ist nicht gut. Kann man's schon spüren, glaube ich. Fünnen. Die ist dann so. So, jetzt hören wir die kleinste Pfeil, das ist nur zwei Zentimeter, da haben wir meine Fingerspitze, die klingt so. Jetzt auch schwer zu hören, ist es wirklich nochmal ein bisschen tiefer. Jetzt auch ein bisschen laut hier. Jetzt sieht man alle Register und dann werden wir die Orten von der Lautensperre. Daher kommt der Gerät, wenn wir alle Register ziehen, wenn man hier zieht, bewegt man sogenannte Schreiber, das sind drei Kampeln, die Verwandten unter den beiden Kampeln. Endlich ist es leider gefällt. Jetzt hören wir aber auf 1.8.09.2022. Schön laut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020